hallo hallo hier spricht euer julian ich habe eine bitte an euch an meine youtuber follower liebe liebe youtuber follower ich würde mich freuen wenn ihr alle auf meinen switch account snoky tv vorbeischaut zum beispiel hier gibt es zum beispiel hier oben ein snoky tv dann kriegt ihr drauf da habt ihr zum beispiel das logo hier oben snoky tv 126 follower ich mache zum beispiel hier viel content von fortnight zum beispiel hier zum beispiel nix pokémon arceos dann gameplay von fortnight wie pokémon arceos dann samstag oder sonntag das letzte mal fortnight bevor die season endet ich bitte euch darum folgt mir bitte alle auf switch buchstabiere es noch mal t w i t ch snoky tv s n o w k i d tv folgt mir alle auf snoky tv ich würde mich mega drüber freuen ich danke euch für eure zeit und folgt mir alle da drauf